Guten Morgen aus Bayern, genauer gesagt aus Insink. Ich mache heute eine Runde zum Falkensee, nachdem ich gestern ein Testrad in der Reisten gehabt habe. Sehr schönes Wetter heute. Leider nur 2 Grad plus. Ich hoffe es wird ein bisschen wärmer. Ich freue mich. So, jetzt komme ich zum Frillensee. Der erste See von, ich glaube in Summe 3 Seen auf dieser Tour. Dann von filter. Deine Überzeugung ... ... ... ... ... Wer jetzt glaubt, dass ich die 420 Stufen da jetzt raufgehe, der irrt nicht. Das ist rein nur für das Video, übrigens die Himmelsleiter. Das ist der Heitensee. Das ist der Heitensee. Das ist der Heitensee.